hey leute in diesem video zeige ich euch wie ihr euch nochs gelang fortnet abseilt ihr müsst so an die kante gehen ganz normal wie vorher nur anstatt es ihr dann so macht macht ihr das über die ecke wie ich sage wichtig ist ihr müsst nach unten schauen ich mache es jetzt mal etwas langsamer damit man es besser zieht ihr baut so zwei runde ungefähr bis drei und dann baut ihr eine treppe ihr könnt das auch so machen mit einer platte aber ich mache es so gesagt immer mit der treppe weil ich das besser kann es geht wie gesagt viel schneller so zu machen als wie es vorher gezeigt hat ich habe dazu schon mal ein video hochgelandet vor meinem ersten video da war das nämlich noch als da habe ich noch die langsame variante gemacht ich hoffe euch hat das video gefallen das wäre dann auch soweit alles wenn euch meine videos gefallen das gerne ein like und ein abo da und ansonsten bis bald